So, so, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Was ist Geotastic? Ja, wir reisen ein bisschen durch die Welt und werden herausfinden, wo wir sind. Und zwar ganz genau. Wir wollen 30.000 Punkte in 5 Runden bekommen. Ich hab 5 Runden eingestellt, unendliche Zeit. Wir lassen uns so viel Zeit wie möglich, eventuell werden 2 oder 3 folgen. Wir können nämlich in Indonesien landen oder Bangladesch und da dauern die Runden auch mal über 2 Stunden. Ähm, manchmal verquatschen wir uns auch nebenbei ein bisschen über dies und das. Aber seid dabei, es wird eine wunderschöne Fahrt und wir entdecken auch mal hier und da das eine oder andere Interessante. Also, rein in den Spaß. Reinen Geotastic! Runde 1 von 5. Ich sage, Schiele. Oh, nicht Schiele, oder? Obwohl, na? Ja, hat aber erstmal europäische Vibes auch. Sonne ist... Wow. Die Sonne ist ganz genau im Westen, leicht südlich, also sind wir im Norden vielleicht. Er könnte... Könnte am Äquator irgendwo sein. Grünes Schild. Vielleicht doch. Argentinien. Amerika. Mexico. Mexico. Ich glaube aber Linksverkehr, oder? Es könnte Australien sein. Südafrika. Nee. Neuseeland vielleicht. Die Frage ist, auf welcher Seite fahren die Autos? Autos sind auf jeden Fall sehr groß. Wolf. Waste. Original. Hilft mir auch noch nicht. Ja. Tja. Ich sehe halt keine anderen Autos. Das macht es schwierig. Aber so schöne Gegend an sich Gates Enterprises Roofing Gooddoss Painting Ich mein, wer mir hier ein Anwesend holen würde, ich würde jetzt nicht Nein sagen unbedingt Ah, ihr müsstet mich vielleicht so 20 Minuten überreden .com, okay Ah, dann würde ich natürlich sagen, na gut, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich dieses Anwesen hier bekomme mit dem ganzen Land drumherum und diesem schönen Garten und der Koppel Ich würde es euch abnehmen, wenn es euch so viel wert ist dass ich es nehme Kein Problem Schickt mir einfach den Grundbucheintrag Dann übernehme ich das Ding Auch das hier, ich mein Ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so für so clean Rasen, ich mag eher so so ein verwildertes Ding Aber kommt Ja, wenn es denn sein muss Ich würde aber sagen, wir gehen die Autobahn hoch, oder? Das lohnt am ehesten Kommen wir da rauf Hier wird doch irgendwo ein Schild stehen, wo es hingeht Wir haben Rechtsverkehr Dann kann es ja eigentlich nur USA noch sein Ja, jetzt bin ich am Schild vorbei, wow Ah, noch eins Aha Ein Schild, auf dem nichts draufsteht Aber da vorne ist noch ein grünes Wir kriegen unsere Informationen Kannst dich noch so viel quälen und bemühen und nein sagen Dodge Bridge Road Exit 86 Wow Wow Wie wenig Informationen können auf einem Schild stehen MPH, okay Kann ja eigentlich nur noch Amerika sein Alte Bilder Äh Auf einmal sind wir ganz woanders Jetzt sind wir doch wieder da, wo ich herkam Gibt's hier gar nicht Wir fahren jetzt hier weiter Bis wir ein Schild kriegen Auf dem was draufsteht, was vernünftig ist Kann ja gar nicht sein Wo kommen wir denn da hin? Badger's Creek Da steht doch was interessantes Jeff didn't know his final day on earth would be May 9th 9th Ja, 9th, nicht But he was prepared Are you? Entry is a long time to be wrong Und das ist eine Bauernwerbung? Mit Traktor? What? Jeff, nicht mit uns Ah, hier Interstate 76 Colorado West Na, dat sind die Informationen, die ich brauche Colorado Norden, Osten, Süden, Westen Westen 76 Ne, 70 76 brauche ich Einmal die 76 Rot, heiß und fettig, bitte Ah, das ist die 76 Okay, Ost, West Also auf der Westseite Dann sind wir bei Roggen Gut, dass wir nicht bei Weizen sind Das Temper Aber nicht das Temper, nicht? Das ist ein Temper Kinesburg Äh, unser Ding geht Westost Ja, dann können wir eigentlich nur auf dem Stück hier sein Oder auf dem Stück Ja, das war eigentlich alles, nicht? Steht hier Exit 86 irgendwo? Exit 73 Ne, das ist die Straße, nicht? Manchmal stehen hier die Exit Nummern dran Ich würde schon sagen Dann, dann kommen wir doch von hier Dann gehen wir nochmal zurück Steht denn hier ein Straßenname oder irgendwas dran? Da, ja MCR 25 MCRS MCR Hm Okay, das wäre dann hier Aber so weit sind wir nicht weg Naja, es passt nicht ganz Aber wir haben auch keine große Stadt bei uns Vielleicht hier noch ein Stück SI Passt auch nicht Hier ist auch nichts dran Country Road Passt aber auch nicht Und hier ist schon zu, zu bevölkert eigentlich, würde ich sagen N1 Road Und das geht hier in die falsche Richtung Und die Autobahn liegt Richtung Oh, ich weiß gar nicht mehr Ich glaube in die Richtung Norden Ja, also sind wir auch im Süden Eigentlich können wir nur Hier irgendwie sein Na gut, ich weiß nicht wo 76 West Nachher geht die 76 West Ab hier nach West, nicht? Dann könnten wir auch noch hier sein irgendwo Hier vielleicht Exit 76 oder 86 steht leider ja nicht dran Okay, wir brauchen mehr Informationen Hm Hm Nach Süden wird nicht mehr kommen, nicht? Da hören die Straßen nämlich auf Gut zu sein, glaube ich Boah, wir gehen ewig durchs Land Gleich die erste Runde Wieder eine 2-Stunden-Runde Ich hoffe es nicht Ich hoffe es nicht Aber hier ist eine große zweite Das ist nicht verkehrt Wenn wir wüssten welche das ist Dann wäre es sicher Wir wissen das Speed Limit Ein kleiner Anfang Für einen Menschen Doch ein großer Anfang Für uns Die C22B Sieht nicht offiziell aus Power Plant Okay Da geht es zur 76 Wir sind auf der 70 Okay Du 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 Adopper Wingbat Warum sollte ich eine Fledermaus adoptieren? Dup, dup, dup Na, warum ist das da? Dup, dup, dup Also singen und mitsprechen nicht, kann ich so gar nicht bei sowas Hier haben wir doch was 16R Mile Auch nicht hilfreich, hier mein Name El Rancho La Heradura and Restaurant Okay, ich glaub nicht, dass das noch existiert Deswegen such ich da jetzt auch nicht danach Ja, das Speed Limit ist immer noch 55 Aber sag mir doch lieber, auf welcher Straße ich fahre Dup Being finds double im Workzone Begin Ach, nicht being Begin Was steht da? Hall Creek Haben wir endlich mal einen Stadtnamen, Ortsnamen? Memory of Hall Meek. Okay, also Memory kann auch ein Name sein. Ich habe übrigens herausgefunden, warum sich mein Licht immer verstellt. Und zwar, weil ich immer einen Clip mache. Plant Valley, Plate Valley, Plate Valley. Gut, und wir wissen Colorado. Kann ja eigentlich wirklich nur auf diesem Stück hier irgendwo sein. Wahrscheinlich werden wir gerade hier auf der 76 fahren. Mill, MS, Mil-S, MS. Aber das wäre Hospital Road. Ich würde fast sagen, wir stehen hier. Hier. Plate Valley, Bebsit, Church. Okay, da haben wir sie. Das ist gar nicht mal falsch hier. Also, wir starten auf irgendeinem Stellenstück hier. Und wir starten ja bei irgendeinem Übergang. Jetzt die Frage halt, welchen? Die sehen alle identisch aus. Oh, Krackel. Das heißt, wenn wir, können wir von uns aus nach Westen fahren? Ja. Die Frage ist, ist es? Also, sind wir Minimum hier? Und da ist keine Autobahnüberfahrt? Auffahrt? Ist hier auch nicht. Stimmt, bei uns ist ja gar keine Auffahrt, nicht? Bei uns ist ein Tunnel und ich spring von dem Tunnel rauf. Oh, das habe ich fast vergeigt. So eine Sachen vergesse ich immer ganz schnell. Keep, keep a walk. Ah, das Lied skippe ich mal, was hier gerade auf Twitch läuft. Ein bisschen was ruhigeres zu einem Freitag. Ja, das einzige, was mir eigentlich bleibt, sind dann KI-generierte Lieder zu erstellen. Das heißt, wenn ihr mit Zuno AI Lieder generiert, gerne einfach in den Discord packen. Und dann spielen wir die hier on-stream ab, wenn die okay sind. Weil, äh, viel mehr Optionen hat man gar nicht. Also... Okay, dann kommen wir hier raus und hier geht's nicht mehr weiter. Und hier ist auch ein Fluss. MCR24, MCR25, MCRS. RS24. Dort steht 25. Und wir stehen wo genau? Ein Stück südlich. Dort. Bingo Bongo. Bingo Bongo. Fünf Meter fünfzehn. Damit haben wir die Runde eins. Und das geht in Runde zwei. Dann mal los. Malta. Ja, das ist unverkämmbar. Stehen wir wieder in der gleichen Stelle? Ich... Ich mach'n Guess, wo wir in Malta stehen. Ähm... Wir stehen... Dort. Warte. Ne, da ist Rabatt. Dann stehen wir dort. Dann mal gucken. Du, 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 du. Da haben wir wieder ihr Rabatt, äh, Dings. Oder was steht da? Ne, Tarsanat. Luca. Tarsanat Luca. Sehen wir das hier irgendwo? Feed it. Feed it. Du, 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 du. Sanat. Da oben. Tarsanek, Tarsanat. Obwohl, die Straße heißt Tarsanat in Luca. Okay. Also hier ist Sanat. Da führt die Straße hin. Sehen wir jetzt einen Luca. Ich seh'n Tarsanat. Mungsa. Aber es kann auch viele Sanat geben, ne? Oder es heißt nur Bus nach Sanat. Aber irgendwo in der Ecke vielleicht. Wenn's nicht ein zweites Sanat gibt. Discount Store. Wow. Opening Hours. Jawoll. Also... Das so Discount. Selbst der Laden hat nicht mal mehr was zum Discounten. Es ist ja einfach... This is not a Grocer Store. Ja, natürlich. Es ist ja auch ein Discount Store. Ein wunderbarer, sehr schöner, maltesischer Discount Store. Und keine Grocery. Wie kann man das auch nur verwechseln wollen? Also bitte, Leute. Bisschen mehr auf diese Aufmachung achten. Ja. Just beat it. Just beat it. Just beat it. Skurla. Tarsanat. Skurla. Wir brauchen mal einen Straßennamen. Schöne Malta. Video your wedding. Go Vision. Go Visions! Ach ne. Das war... Amerika. Nicht wahr? Go Tigers! Hier! Da haben wir doch mal ein Schild. Okay. Victoria. Maxini. Eliport. Ja, wow. Xefi Klare. Magaxini. Magaxini. Keine Ahnung, wo Magaxini hier liegt. Magaxini hier liegt. Wahrscheinlich irgendwo hier als Vorort. Und Maga... Harbour liegt da. Okay. Das ist jetzt aber interessant. Das geht nach Osten. Aber das geht nach Westen. Wie sollen das schon wieder gehen? Wie kann das denn östlich und das westlich liegen? Westlich kann das Ding hier nur liegen, wenn ich irgendwie hier bin oder so. Fahren wir so... Aber wir fahren ja nördlich. Und nach Victoria geht's nach Norden. Und es geht nach Sanat. Es passt doch schon wieder alles nicht zusammen. Malta. Wirklich. Ich mein, beim letzten Mal... Wir waren hier unten irgendwo, nicht? An... Ja, hier an dem Ding waren wir. Ja. Ja, ja. Hier hatten wir. Ja, hier standen wir. Das eine Mal. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und da war's auch so komisch. Wenn wir hier irgendwo stehen, nicht? Geht das nach Osten und das nach Westen? Dann... Wenn wir hier irgendwo sein. Da... Trick... T-Sanat. Hier. Da, 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 da. Hier irgendwo. Und da, wo Bushaltestellen sind. Also hier in der Ecke. Oder hier in der Ecke. Sehen wir diesen wunderschönen Grocery-Store. Äh, ne... Sorry. Es war kein Grocery-Store. Es war natürlich ein Discount-Market. Da ist er ja. Okay. Dann kommen wir... Irgendwo aus dieser Ecke. Jetzt müssen wir herausfinden, wie die Straße genau heißt. That's would be... Möglich sein. WB-Normalement. WB. Du, 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 du... Und ich habe schon wieder einen Clip gemacht, nicht? Ich habe endlich herausgefunden, warum sich das Licht immer ändert. Immer wenn ich einen Clip mache. Weil ihr zu wenig clippt! Gut, das gibt vielleicht auch nicht gute Sachen zum Clippen. Manchmal wundere ich mich echt, was man für Clips bei anderen sieht. Da sind unsere ja fast noch Premium. Apropos Clips. Ich habe total vergessen, die zu machen. Shit, jetzt sind die Videos ausgelaufen. Ah, Kacke. Jetzt kann ich die Clips nicht näher nachbearbeiten. Aber das ist mal scheiße. Da steht doch was genaues drauf. Tja, das Leben eines Streamers ist nicht leicht. Vor allem wenn man vormittags auch noch arbeiten geht. Das ist echt... Das raubt so viel Zeit für diese Kleinigkeiten. Die Summärerstellung. Und Co... Das ist aufwendiger, als man denkt. Ihr Girna. Das wird nicht dran stehen. Und dann wird noch gemeckert, dass die Brille von einem Grünton nicht herpasst. Ah, ja, ja. Attenzione! Passt doch mal endlich auf. Private Property. Und trotzdem geht es hier nach Tassent Cantarolido. Zur Bar. Hm. Ich meine, was macht man denn so im Moment? Ja, du darfst hier zur Bar gehen. Aber nein, nein, nein. Das ist verboten. Ähm. Tja, sehen wir hier irgendwo einen Namen? Ne, ich dachte hier ist ein Schild oder so. Aber das sind nur Eingangstüren. Oh, ein Scam-Automat am Rand. Was haben wir hier? Health & Safety Consultants. Designated Area. Oh ja. Ich habe übrigens gesehen einen Trick, wie man diese Wände ganz, ganz leicht hinbekommt. Und zwar so, dass sie auch wirklich realistisch aussehen, ohne dass du wirklich Steine brauchst. Und zwar hat er in so einem Video die Mauer ganz normal gemauert mit günstigen Steinen. Dann hat er sie, ähm, gespachtelt. Man hat nicht alle Schritte gesehen, ich habe auch geskippt ein bisschen. Und dann hat er, äh, einfach immer selber Linien tief in diese, ähm, Verputzung gemacht. Und das Endergebnis, gut, muss man wahrscheinlich auch üben und können, aber das Endergebnis sah halt aus wie echte Steine. Und nicht wie eine billige Platte, die einfach nur rangesetzt wird. Das hat mich schon beeindruckt. Und das sieht hier fast genauso in der Macht aus, obwohl hier schon ein Riss gefixt wurde, nicht? Das sieht aus, als ob das schon mal auseinandergegangen ist, ja. Guck mal, das Haus kippt nach vorne, wenn ihr das kaufen wollt. Hier sind Steine eingesetzt worden. Das ist nicht wenig, was das Haus nach vorne reißt. Also, das ist innen drin auch nicht mehr gerade. So, was haben wir denn hier? Tricky Kalati, jetzt haben wir endlich mal was. Tricky Karaba. Das Problem, wir sind ziemlich weit vom Start abgerutscht. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir genau gefahren sind. Ich hätte uns jetzt hier irgendwo hier drin erwartet. Kalati. 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 Kabira. Sean Paul. Hayamari. Ikma. Leonardo. Also, irgendwie kommen wir auf diese Straße hier an der Stelle. gut, vielleicht sind wir auch nach unten gefahren gerade, dann wären wir jetzt hier irgendwo das könnte die Straße mit Private Property sein dann wären wir jetzt hier irgendwo Kalati, das könnte ja Platz eben gewesen sein Kalati, Kalkara nee das ist so doof dass beim Start nicht dran steht wie die Straße heißt Durell, Kalkara Zini wir haben auch keine Zwischenstraßen, Kanal Kibira hmm ne, dass es noch eine Trick Al Sanata gibt das kann natürlich auch sein da bin ich natürlich am Poppes, ne? Ich gehe natürlich jetzt erstmal davon aus, dass das hier die Startstraße ist muss sie aber natürlich nicht sein aber das hilft uns alles nicht ich weiß gar nicht mehr, wie ich hierher gekommen bin hmm diese kleinen Stände sind nur Lückenfülle in der Bauphase, die haben rechts und links angefangen und sich dann in der Mitte hingearbeitet das war auch schlecht also ich als Bauherr würde sagen jetzt hier wird das aber nochmal neu wenn das die Lösung sein soll ich meine selbst das hier sieht besser aus also dann müsste die Mauer generell unregelmäßiger sein dass es nicht so auffällt, nicht? aber es fällt hier genau auf dass genau die Mitte immer so einen Stein hatte und das Haus sah jetzt auch nicht gerade so stabil aus an der Straße als ob das da immer super stand oh, stand da was? aber wenn du dich da natürlich auskennst dann wird das schon stimmen aber dann würde ich denen das trotzdem dreifach um die Ohren klappern nicht? Auch hier ich meine hier hast du auch mal einen kleinen Stein aber du hast hier nicht so eine Regelmäßigkeit dass du sagst ah, okay, nicht? dass das alles unregelmäßig genug damit es nicht auffällt und keiner sagt was zum kleinen Stein aber wenn das so scheiße aussieht so verwertet man halt viel Restmaterial gut, vielleicht haben sie es selber gemacht, nicht? um Geld zu sparen aber ich meine gut, hier jetzt ist ein Google Maps Autofehler aber sowas sieht doch dann viel besser aus als wenn die das da machen senkt den Kaufwert natürlich oder Wiederverkaufwert sowas haben wir hier Trick Dunluka hab ich auch nicht gesehen und wir sind die ganze Zeit jetzt was gefahren? nach Süden Dunluka okay der ja, okay wir sind genau hier irgendwo die Frage ist halt jetzt nur die genaue Sache also wir kommen zur Trick hier kommt nochmal eine Aufteilung und das ist schon die Trick Dunluka wir kommen wo kamen wir denn eigentlich her gerade? wartet mal wir kamen aus der wir kamen aus der Trick Dunluka und fahren jetzt südlicher dann sind wir hier unten irgendwo aber warte mal wie können wir wie können wir denn die Trick Dunluka nördlich sehen die ist doch südlich aber vielleicht sind wir hier unten dann wären wir hier unten irgendwo drin das könnte dieser eine Platz sein dann sind wir hier vielleicht wenn wir in die gehen dann kommen wir in der Trick Dunluka raus an diesem Spalt hier weil das ist der Platz nee das hätte ich gesagt ist der Platz hier hm oder ist das der Platz hier ja das ist der Platz hier dann heißt das dass wir hier raus kommen wenn wir südlich fahren dann kommen wir doch aus der hier also wir fahren südlich und kommen hier hin und sehen da den Namen von der Straße die hier Trick Dunluka heißt und hier keinen Namen mehr hat ok das ist hier Trick Dunluka also komplett dann sind wir in der Trick Tassent jetzt ist nur die Frage wo genau also hier kommt keine Straße mehr wenn wir in die reinfahren die hier geht nach Norden weg das passt müsste hier ja eine Straße kommen die auf unsere andere wieder ah da war auch ein Straßenname da ist er Trick Skerla ja ok dann stehen wir genau da und wo genau wir stehen am westlichen Ding also stehen wir hier so wir gucken nach Südosten Norden Osten Süden Bango Bongo 5,20 Meter ja passt hier nicht ganz alles mit den Häusern und damit geht es in die Runde 3 oha 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 Afrika Rechtsverkehr aber nee oh aha eine Insel oder Panama wieder naja ja da habe ich mich schon ein paar Mal reingeritten ich war erst dreimal in Panama und dann in Bananenplantagen kann ich hier nicht irgendwie gerade auf der Straße fahren was haben wir denn hier Residentale Benditiona ok also Afrika schließe ich mal aus ähm die Sonne ist im Süden und zwar knapp also sind wir leicht im Norden wahrscheinlich wenn hier 12 gerade ist natürlich auch irgendwie nicht deutsche Neubausiedlungen quasi aneinandergereiht immer die gleichen Gebäude Mr.Cow Minimarket das sieht gar nicht mal schlecht aus nicht und das gibt sogar Eis hm ich hatte heute schon Eis Mr.Cow 29 Bienvenidos in General Light Americana ok können zumindest schon mal eingrenzen Escapata steht da noch eine genau genauere Adresse Nationales Liköre Nationale Liköre hat er hier ok gefällt mir darauf nehmen wir doch einen Schluck Prost Nationale Liköre ganz schön Empöre Kotiza ja äh ich kann es nicht erkennen steht glaube ich auch nichts weiter drauf steht was auf den Taxis Herrera Zantre Lanto Bontoc hm hilft mir jetzt auch nicht großartig weiter man springt hier sehr umher also man hat keinen ruhigen Fahrweg an diesen ganzen Sachen hier man will fahren und dann springt er oft einfach irgendwo hin im ersten Moment habe ich ja erstmal Südafrika gedacht und dann an Costa Rica wieder aber da waren wir lange nicht mehr Madeira Madeiras aber was auch immer Madeiras heißt der Berg der Berg der Felsen nee der Vulkan oder sowas nicht ich habe neulich geguckt Madeira hieß was mhm alles schon wieder vergessen der Arme muss sie tragen boah ich dachte Pandaria ist woanders Panama doch Panama guckt dann war der zweite Dings ja doch gar nicht so schlecht August August 2018 sehr alte Bilder Obanico Municipale de Chitre das ist aber ganz schön eine Chitre ok Chitre war wo David Chircui hier oben war irgendwo Anna oder so da ist Colon Santos Herrera Verguras Chitre Chircui gut aber die müsste ja ein bisschen größer sein oder abgelegen genug nicht und groß genug dass sie denn Namensgeber für die Region wäre Chikui Chitre oder wir sind auf irgendeiner Insel das wäre natürlich kacke natürlich haben die auch eine Palma und wo ist ihr Buona Vista komm ich will einfach ein Buona Vista haben das wäre wäre einfach mein mein Tagesziel ohne Buona Vista kann ein südamerikanisches Land kein südamerikanisches Land sein Mendoza auch schon mal gut das brauchen sie auch auf jeden Fall und Santa Rosa haben sie auch Santa Rita Buona Vista da haben wir doch eins ist doch wunderbar es ist ein richtiges südamerikanisches Land und daneben ist ein Buones Aires naja was will ich denn mehr also jetzt habe ich alles gesehen in Panama außer Chitre das ist echte Chitre da ist Chitre jetzt habe ich sogar Chitre gesehen genau im letzten Ding wo wir nicht sind geguckt haben ok aber wir sind ja nur Municipal de Chitre irgendwo das heißt irgendwo hier in Herrera aber dann heißt das wahrscheinlich irgendwo in der Ecke hier da ist Los Santos ich wusste doch GTA 6 spielt in Panama it wasn't easy falsche Stelle im Song erwischt gerade wie heißen die Blur 2 Song oder so oder Song 2 von Blur WM 1998 oder sowas da habe ich noch Fußballspiele gespielt danach ließ meine Fußballinteresse gänzlich nach und ist auf 0 gesunken gut die werden hier nicht dran stehen haben wo sie sind nicht wir brauchen eine Straße und ein Straßenname alleine reicht uns nicht wir brauchen wir brauchen Stadtname erstmal Gonzalo Gonziales G G G G G Gonzalo Gonzales Gonzieres das wäre auf jeden Fall krass G G G G G G Ah ja perfekt guck mal ok Los Santos geht nach Süden Chitre geht nach nach Westen das heißt wir können hier irgendwo sein oder hier Universidad de Panama bist du Universidad de Panama nee wenn wir jetzt Universidad de Panama sehen das wäre natürlich Oxford knapp daneben hmm 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 Gut, aber das würde ich schon als Stadtgebiet zählen. Weil die liegt nämlich in die andere Richtung, nicht? Nach Osten. Zu nach Westen, die Universität nach Osten. Nicht, dass die hier irgendwo außerhalb ist. Ja, aber grob irgendwo in diesem Bereich sind wir hier. Inzio de Obra. Obra heißt nur vor Ort oder sowas, nicht? Das habe ich schon ganz oft gehabt, Obra. Iniko de Obra. Interzambiador Chitre. Routes des Vios. Via Alternas. Okay, via Alternas kommen wir da hin. Wo ist Alterna? Hm. Larena. Lamina. Lamina. Ich meine, so weit kann es ja nicht weg sein. Das muss schon hier eigentlich direkt sein. Oder es heißt, via Alternas einfach über Umleitungen. Das kann natürlich sein, dass die Straße hier gesperrt war und die über die Umleitung fahren müssen. Das würde ich jetzt mal als wahrscheinlicher annehmen. Die Straße geht nach Süden. Ich glaube, das macht schon Sinn. Okay, wir gehen mal zurück. Vielleicht steht ja irgendwo hier eher was dran. Okay, hier können wir gar nicht weitergehen. Das ist schlecht. Oder auch gut. Das wird so ein Ende von so einer Neubausiedlung sein. Das sieht hier nämlich auch alles neu aus dem Boden. Na gut, neu nicht, aber wie so eine Retortensiedlung nenne ich das mal. Das ist natürlich blöd, dass es bei uns noch nicht gebaut ist. Bedeutet aber, In echt gibt es das ja schon. Und da gibt es vielleicht neue Straßen. Wie können wir das jetzt eingrenzen? Wahrscheinlich am Ende nur über Mai Villanita. Mini Serplanita. Ja. Siklo Residentale Siklo San Juan Baustica Okay, San Juan Da Baustica Das habe ich nicht gelesen. Dann sind wir auf der Straße hier gerade gefahren. Hier ist die Uni. Okay. Ja, jetzt wird es natürlich schwer. Würde ich ja fast sagen, sind wir in irgendwie hier drin. Aber wir können ja nicht das abtesten. Oder wir sind hier drin. Lanueva Uniona sehe ich vielleicht Siklo. Ja. La Floresta Das haben wir doch auch gelesen. Da ist der Cow Mini Market. Okay, dann sind wir hier drin. Ben Di Dico Residentale Okay. Dann ist das hier Siklo. Das ist der Minimarkt Villa Nita Den haben wir ja gerade gesehen. Gut, dass die Läden schon da sind. Sonst haben wir ja richtig aufgeschmissen gewesen. Villa Nita Okay, das heißt Wie weit ist Villa Nita von uns weg? Da vorne ist Villa Nita Das ist super Eine Querstraße Vor uns, nicht? Das ist doch der Laden Ich gucke nochmal Villa Nita Okay Das heißt Villa Nita Die Straße Dann sind wir an der Aber wir sind nicht in der Wir sind vor ihr Stehen wir also dort Bango Bongo Bapf 6 Meter 78 Und dann haben wir auch das Geschafft Ich würde aber sagen Die nächsten beiden Sachen Machen wir in der nächsten Folge Bis klar